Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 3,9 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, die E14 LED Lampen sind mit 4W und 427 Lumen angegeben. Das halte ich für zu optimistisch. Ich habe eine ähnliche E14 Lampe mit genau 3W und diese leuchtet genauso hell. Die Lichtausbeute ist hier bei 4W also nicht sehr hoch. In Anbetracht des Preises ist das aber in Ordnung. Ich habe sie seit fast 2 Monaten im Einsatz und sie sind okay. Ausgefallen ist bisher noch keine. Auf die Lichtfarbe kann man sich aber hier nicht 100%ig verlassen, da eine Produktionstoleranz von 400k angegeben ist. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.